Hallo und herzlich willkommen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Dennis von ImmoIncubator, eurem Kanal für Immobilieninvestments. Heute mal etwas bei Flutlicht, aber ich hoffe, man kann das Video trotzdem gut erkennen. In diesem Video heute geht es um mein erstes Mehrfamilienhaus, was ich euch gerne vorstellen würde. Und nun viel Spaß beim Video. Hallo zusammen. Wie im Intro schon angekündigt, geht es heute um mein erstes Mehrfamilienhaus, was ich euch gerne vorstellen möchte. Wie im letzten Video erzählt, hatte ich ja meine vierte Wohnung im Dezember 2018 gekauft und hatte währenddessen bei der Sparkasse bekannt gegeben, dass ich weiterhin auf der Suche nach Immobilien bin. War da quasi in einer Suche aufgenommen worden, so eine Art, wie man das bei Immobilienscout und Co. auch kennt, dass man neue Objekte zugesandt bekommt. Und Ende Januar 2019 bekam ich dann die Info, dass ein neues Mehrfamilienhaus zur Verfügung steht und das war in meiner Heimat, in Wallenhorst-Rulle, das heißt also nicht direkt in Osnabrück, wo sonst meine anderen Objekte waren, sondern in einem Vorort von Osnabrück, in dem Fall war es wirklich nur ein Kilometer von der Grenze entfernt, in Wallenhorst-Rulle, ein Fünffamilienhaus. Und da hört ihr schon raus, Fünffamilienhaus ist etwas größer, ist etwas mehr als die Eigentumswohnung und deswegen wollten wir uns das mal genau anschauen. Es war aber so, dass ich gerade auf einer Prüfung in Portugal war, das heißt also ich habe dort eine Prüfung gemacht, beziehungsweise eine Projektbegleitung und das heißt ich konnte nicht selber vor Ort gehen zur Besichtigung. Auch mein Schwager, den ich sonst häufiger schon mal geschickt hatte, konnte leider nicht. Aber ich habe meine Eltern zur Besichtigung geschickt, da ich gesagt habe, das Haus gefällt mir so gut von den Daten her, dass ich das gerne haben würde und dass meine Eltern dort hingehen sollen, um auch einen Eindruck als Wallenhorster zu machen. Wir sind halt eben dort aufgewachsen. Ich habe da ganze 28 Jahre gewohnt, bevor ich dann nach Osnabrück gezogen bin und dementsprechend wollten wir da versuchen, einen Kontakt herzustellen, weil wir wussten, es gab insgesamt acht Besichtigungen und da das Ganze sehr interessant war, sind wir davon ausgegangen, dass es schwierig wird, das Objekt zu bekommen. Und meine Eltern sind dann zur Besichtigung gewesen, haben mir dann im Nachhinein davon erzählt. Ich habe dann mein Interesse an dem Objekt bekundet und habe gedacht, irgendwie muss ich dann noch einen besonderen Kontakt herstellen, damit das nicht an die anderen Leute geht. Ich hatte schon rausgehört, dass dem Eigentümer etwas daran liegt, dass es quasi in gute Hände kommt. Das heißt, von den anderen Interessenten waren auch einige Bauträger dabei die das Objekt gerne abgerissen hätten. Aber das kam für den Eigentümer nicht in Frage. Das heißt, da stand ich schon mal besser da, weil ich das Objekt wirklich so behalten und entwickeln wollte. Das heißt also, mal zu ein paar Daten vom Haus. Es war aus 1933, das heißt also wirklich Altbau, teilweise noch mit Gewölbeköllert, teilweise unter Kellert. Mit einem Anbau da dran ist es früher eine Gaststätte gewesen. Ich zeige euch hier mal ein Foto dazu. So sah das früher in den 70ern aus. Dort ist es noch eine Gaststätte gewesen. In den 80ern ist es dann laut meiner Info umgebaut worden, dass man dort dann Wohnraum daraus geschaffen hat, sodass insgesamt fünf Wohnungen entstanden sind. Davon sind drei Wohnungen im Erdgeschoss und zwei Wohnungen im ersten Stock. Der zweite Stock ist noch ein etwas größerer Boden. Der ist aber nicht ausgebaut, sodass man dort fünf Wohnungen hatte, die alle vermietet gewesen sind, zu dem sehr günstigen Miete zu dem Zeitpunkt, aber auch alle sehr renovierungsbedürftig, würde ich mal sagen. Das heißt, es waren überall einzelne Heizthermen drin. Auch diese waren teilweise aus den 90er Jahren und dementsprechend musste überall etwas getan werden. Aber dafür war der Preis gut, sodass man es entwickeln konnte. Und das Ganze wurde angeboten zu einem Faktor, glaube ich, von 16,7 ungefähr. Das heißt also, mit Bruttoinvestitionskosten und allem drum und dran war man bei circa 270.000 Euro. Dort war noch ein großes Eigentumsgrundstück dabei, welches zusätzlich noch ein Schuppen, ein Carport und auch eine Garage beherbergte, sodass man dort noch ein paar mehr Möglichkeiten hatte. Kommen wir zurück zur Besichtigung. Und dementsprechend war ich nicht in Osnabrück vor Ort, konnte also keinen persönlichen Kontakt herstellen, habe dann aber beim Makler gefragt, ob er nicht dem Verkäufer mitteilen konnte, ich hörte, der kam auch aus der Nähe, dass ich am Wochenende sowieso in Osnabrück wäre und dass ich ihn sehr gerne noch persönlich auf dem Kaffee kennenlernen würde und ob er dann vielleicht am Samstag oder Sonntag eine Stunde für mich Zeit hätte. Das hat der Makler dann an den Verkäufer weitergeleitet. Und der Verkäufer hat sich wirklich die Zeit genommen, mit mir zu sprechen. Nochmal vielen Dank dafür. Ich konnte also damals meine Geschichte erzählen, was ich mit dem Objekt vorhatte. Und wir haben uns auch an ihm gut verstanden. Es gab dann zwar noch weitere vier Besichtigungen, aber am Ende habe ich wirklich den Zuschlag bekommen. Ich habe dann auch nicht mehr am Preis verhandelt, sondern den aufgerufenen Preis bezahlt, weil ich der Meinung war, dass das Objekt das wert war. Das Ganze war dann Anfang Februar und zum 1. März 2019 war der Übergang geplant. Das heißt, wir waren dann im Februar noch beim Notar. Die Finanzierungszusage kam recht schnell von der Sparkasse, sodass ich das ganze Objekt zum 1. März übernommen habe. Jetzt gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen, die man da berücksichtigen muss. Das heißt also, ein Mehrfamilienhaus ist natürlich was anderes als eine Eigentumswohnung. Und da gibt es eine Menge Vor- und Nachteile. Aus meiner Sicht überwiegen dort auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeiten hat, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, überwiegen aus meiner Sicht die Vorteile. Und da arbeite ich aber schon am nächsten Video. Das möchte ich euch dann gerne übermorgen vorstellen. Oder vielleicht noch am Samstag. Das muss ich sehen, wie schnell ich damit vorankomme. Da würde ich euch dann mal zeigen, was sind die Vor- und die Nachteile von Mehrfamilienhäusern gegenüber Eigentumswohnungen. Ja, dann werde ich euch jetzt hier noch ein paar Fotos zeigen. Auf der von mir aus rechten Seite, bei euch ist glaube ich die linke, seht ihr noch ein paar Fotos, wie das Haus wirklich ausgesehen hat, wie es von außen ausgesehen hat. Von innen gab es nur wenige Fotos vom Treppenhaus, weil man von den Mietwohnungen keine Fotos gemacht hat. Ich schaue mal, ob ich da später noch ein paar finde. Auf jeden Fall wird es in Zukunft ein paar Fotos von diesem Haus geben, wie wir Wohnungen renoviert haben. Weil wie gesagt, waren viele von den Wohnungen renovierungsbedürftig, aber alle bewohnt. Das heißt, mein Ziel war, sobald jemand auszieht, diese Wohnung dann zu renovieren, damit man sie dann zu einem besseren Mietpreis vermieten kann. Oder auch auf Wünsche der Mieter einzugehen, wenn etwas erneut werden müsste, dass man das machen kann. Zusätzlich muss ich aber hierbei berücksichtigen, dass es eine 15-Prozent-Grenze gibt. Wer da noch nichts von gehört hat, bei Immobilien gibt es eine Art 15-Prozent-Grenze. Es geht um den Gebäudewert. Das heißt, wenn das Grundstück jetzt, sagen wir mal, 50.000 Euro wert ist und das Haus 300.000 Euro gekostet hat, hat das Gebäude einen Wert von 250.000. Und von diesen 250.000 darf man in den ersten drei Jahren maximal 15 Prozent netto investieren. Sonst muss man das Ganze über die gesamte Laufzeit abschreiben. Und das ist wichtig zu beachten. Das heißt, in den ersten drei Jahren muss ich dort die Füße etwas stillhalten und etwas mit den Renovierungen warten und erst mal nur das Nötigste tun. Davon sind jetzt inzwischen heute fast zwei Jahre um, sodass ich noch ein Jahr warten muss. Aber trotzdem haben wir während der Zeit die notwendigen Renovierungen schon gemacht. Aber das werde ich dann mal in meinen nächsten Videos zeigen. Was noch wichtig war, hier waren zwei Räume, die zu dem Zeitpunkt nicht vermietet waren. Das heißt, es waren zwei separate Räume, die zu dem Zeitpunkt keiner Wohnung zugeordnet waren. Und diese Räume wollte ich natürlich auch vermieten. Und da habe ich dann natürlich bei den, das war im ersten Stock bei den beiden Wohnungen angefragt, ob noch jemand zusätzlichen Raum benötigt. Und da war das Interesse dort. So konnten wir dann mit einem Durchbruch recht einfach diese beiden zusätzlichen Räume einer weiteren Wohnung zuordnen. Das heißt, dadurch haben wir dann 26 Quadratmeter mehr Wohnfläche gewonnen und konnten natürlich gleich einen neuen Mietvertrag aufsetzen, sodass es dann aus einer vorher drei Zimmer Wohnung eine fünf Zimmer Wohnung geworden ist. Und diese muss dann natürlich auch renoviert werden. Das heißt, neu gestrichen, neuer Boden rein und so weiter und so fort. Ich glaube, eine Heizung muss noch drangesetzt werden. Aber das werde ich dann in meinen zukünftigen Videos bezüglich der Renovierung aufzeigen. Ansonsten gab es bei dem Haus aus meiner Sicht nicht mehr viel zu beachten. Ja, es muss irgendwann mal einen neuen Anstrich bekommen. Das Dach soll aus den 70er Jahren sein. Das heißt, das hält auch nicht mehr ganz so lange. Wie gesagt, die Heizungen waren aus den 90ern. Ich glaube, die neueste war aus 2011. Es waren also fünf verschiedene Heizthermen, sodass dort auch wahrscheinlich die nächste irgendwann fällig sein wird. Und das gilt natürlich auch zu beachten. Aber in dem Fall habe ich gesagt, der Preis für das Objekt war so gut, dass man dort auf jeden Fall etwas übrig hat, um zu investieren. Und vor allen Dingen war die Entwicklungsmöglichkeit gegeben, weil es wirklich an guter Lage in Rulle liegt. Und dort, ja, der Stadtbus vor der Tür fährt, man in 20 Minuten mit dem Bus in Osnabrück ist. Das heißt, also die Lage passte. Das Grundstück war groß mit Entwicklungspotenzial. Und das ganze Haus war zwar renovierungsbedürftig, aber nicht so, dass man sofort alles auf einmal machen musste, sondern dass man Stück für Stück renovieren konnte. Und das ist mir in der Zwischenzeit auch gelungen. Stück für Stück. Mit Sicherheit noch lange nicht fertig. Das heißt also, auch heute wohnen noch vier der Parteien dort im Haus. Eine Partei war ausgezogen und diese Wohnung wurde dann komplett renoviert. Aber das zeige ich euch im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ein schönes Wochenende. Und bis bald. Dennis von ImmoIncubator. Ciao.